In der Gia. Und du hast eine geschmissen, die die Bluse? Ja, habe ich eine geschmissen. Hast du schon geschaut? Christine, du ging ab im Autoverkauf, am Autosalon. Bei meinen Lieblingskundschaften. Bei den Lieblingskundschaften. Nein, mich fragst du nicht. Wir stehen auch so in Verbindung. Er bringt uns immer die Erneuerungen vom Internet. Ja, ja, früher hättest du jetzt. Sie will noch ein paar Zeppern. Früher als wir es haben. Du hast schon weggekommen, gell? Hallo.